Hast du das Mittel genommen? Du meinst, das jingt das Röpsen? Nein, Schatz, das jingt das Fortsen. Du weißt, wie das beim Knuddeln stört. Schlaft ihr alle schon oder? Kann ich weiter machen. Ich kann nicht mehr. Do you know friends back in Borough of Coral Center? That's such a nice guy. Weißt du was, Beckmann? Ich will mit ihr ins Bett. Alle Spießer können mich mal, denn sie sind mir egal. Alle Spießer können mich mal, alle Spießer sind mir egal. Sie haben ihren Busen auf der Straße verloren. Sie können ihn bei mir abholen. Was habe ich meinen Busen verloren? Was sind sie mir auf, dass sie ihr nicht verlieren? Das kommt aber nett in Frage, dass ich mir das Klopapier aus der Ostzone jetzt fortschmeiße. Wenn es alles ist, dann meinst du Wäsche machen mit den Arschtest. Na klar, ich habe die Torte mitgebracht. Sag mal, ich glaube dich haben wir nicht mehr lange. Du spinnst, wir machen die Tür auf. So kann ich da nicht zum Geburtstag gehen. Der hat gesagt, mein Arsch sieht aus wie eine Windel vor ein Kiesel. Wissen Sie, wenn Sie nächstes Mal kommen, haben wir vielleicht ein bisschen Deutsch gelernt. Oh, Englisch. That would be cool. Arschlöcher. Sag mal, du hast ja wohl wirklich Nerven. Ich hatte einfach keine Lust mehr mitzuspielen. Da hat gesagt, legt man da am Arsch. Aber nicht in dem Sinne, wa? Jetzt, jetzt haben wir hier so ein bisschen Ballonbrötchen. jetzt stecken Sie sich hier so in Hinter... Ja, richtig. In Unterhose, ja. Wir bauen eine Falle. Das wird das Beste sein. Und die dieser kleine Kalle fährt ganz bestimmt hinein. Und ist der dritter, lassen wir ihn nie wieder raus. Der Kalle sitzt in der Falle. Wie eine arme Maus. So, ihr müsst euch jetzt alle nackig ausziehen und dann neu einklamottieren. Schön, ey. Mich freut das voll. Was machen Sie denn da? Ja, ich weiß. Ich hab doch aber alles versucht. Keine Creme, kein Pulver, nix hilft. Immer nur Luft, 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 Luft. Vorne, hinten, immer wieder das Gleiche. Ja.